Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben letztes Mal Übungen zu den Rechten unter Linux Unix eben gemacht. Und da sind zwei Dinge etwas offen geblieben. Zwei Dinge, die wir in der Schule, in unserem Labor machen können, aber die wir eben nicht mit daheim mitgebracht haben. Und da, ja, da will ich euch jetzt da was zeigen. Und zwar das eine war, welche Rechte hat die Datei Struktureiser. Struktureiser hier unter usr-local bin ist nichts anderes als ein kleines minimales Skript, also so eine Zeile, um diesen Struktureiser, also um unseren Struktogrammeditor zu starten. Und da wollten wir die Rechte anschauen. Also, ja, ich habe jetzt diesen Struktureiser auch nicht mit nach Hause gebracht. Aber ich habe hier auch ein Verzeichnis usr-local bin. Hier drinnen sind ein paar Sachen. Also, da diese Simple Note, die ich mal installiert habe. Oder auch die Turing Arena. Also, das ist eine wunderbare Umgebung. Und dann sind hier zwei Skripts. Zwei Skripts, die ich mal gemacht habe und hier abgelegt habe. Na ja, hier sehen wir die Rechte. Und da müsst ihr natürlich überlegen, was bedeutet das. Und der Struktureiser in der Schule, der wird so ähnlich ausschauen, kann ich euch sagen. Wahrscheinlich hat er die gleichen Rechte gesetzt. Also, das da ist also das, was ich euch zu dieser Aufgabe mit dem Skript geben kann. Und dann wollen wir etwas machen. Und zwar dieses Verzeichnis public.html im Home-Verzeichnis. Das ist jetzt ein ganz besonderes Verzeichnis. Und zwar ist das ein Verzeichnis, das man dem Web-Server zur Verfügung stellt. Jetzt haben wir zu Hause, ja, wir können einen Web-Server haben, aber meistens haben wir zu Hause keinen Web-Server. Aber die Idee dahinter ist folgendes. Die Idee dahinter kommt aus dem akademischen Bereich, Universitäten und so. Und der Server, auf dem man da durchgearbeitet hat, der war auch oft gleichzeitig im Internet erreichbar. Und hat darauf auch einen Web-Server laufen gehabt. Und jetzt hat man etwas gemacht. Man hat den Benutzern auf diesem Server die Möglichkeit gegeben, in ihrem Home-Verzeichnis ein Verzeichnis als Web-Verzeichnis zur Verfügung zu stellen. Und diese Idee, die muss man mal unterstützen, dass ein Web-Server in die Verzeichnisse der Benutzer geht und dort ein Verzeichnis als Web-Verzeichnis interpretiert. Und, ja, wie wird das gemacht? Das wird beim Apache als, ja, Apache, das ist ein weitverbreiteter Web-Server, gell. Nicht der einzige, den es gibt, gell, aber seit vielen Jahrzehnten die Nummer 1 der Web-Server, gell. Und, ja, wenn man da mal so hinunter geht, dann finden wir ein, ja, ein Verzeichnis, gell, und dort gibt es den Punkt Module. Und wenn wir hier hinunter gehen, oh, da gibt es viele Module, da gibt es ganz vieles, was man hier eben dann hier so alles kennt, gell. Und, ja, wenn man eben so die Informationen über den Web-Server dann mal anschaut, irgendwo, gell, dann kann man das auch anschauen, gell. Und wenn man da weiterschaut, gell, dann finden wir, gell, irgendwo unten bei U, ja, hier sind wir bei U, das Modul User.deer. Und das ist dafür verantwortlich, dass man das machen kann, dass man also ein Verzeichnis des Benutzers veröffentlichen kann, gell, und zugänglich machen kann. Und das wollen wir jetzt auch tun. Und, ich habe jetzt hier eine virtuelle Maschine, gell, also mit der haben wir schon gespielt, das ist immer die gleiche, gell, bla, 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 so. Und, ja, sie mag mich doch, gell, und, ja, also zuerst werden wir mal, äh, ja, root, gell, bla, bla. Bla, 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 gell, so, jetzt sind wir root, und root darf das, gell, und wir müssen jetzt ein paar Schritte machen. Zuerst müssen wir den Web-Server installieren, gell, also der Web-Server ist normalerweise nicht installiert, und dafür müssen wir einmal, ja, ein APT-Update durchführen, gell, also die Package-Quellen synchronisieren, gell, und, ja, was kommt denn da zurück? Nicht viel, gell, gell, jetzt könnte ich da machen ein APT-List-Upgrade, gell, das würde dann eine Weile dauern, deswegen machen wir es nicht. Ich mache jetzt ein APT-Install, äh, APT-2, gell, also ein APT-Install, APT-2, gell, das ist also der Web-Server, früher war es einfach APT, gell, und dann ist mit der Version APT-2 geworden, so. Okay, also, lass mal laufen, gell, und dann sagt er mir, ah, das hast du schon gemacht, du dummer Esel, gell, also, ja, also auf jeden Fall ist schon alles da, und, ähm, jetzt haben wir die Software, gell, was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir dieses Modul, äh, ja, aktivieren, gell, und das ist dann, da gibt es das APT-2 Enable, ein Modul, gell, und dann müssen wir dieses User dir angeben, gell, so, und, ja, ist Enable, super, gell, und, ja, und dann müssen wir den APT nochmals, äh, starten, gell, gell, oder restarten, gell, also sag ich da das 2, das ist etc, init.d, apache2, restart, gell, und wenn ich das gemacht habe, dann, ähm, ja, dann hat er die Konfiguration übernommen, und jetzt ist das User dir Modul, äh, ja, bereit, gell, 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 okay, gehen wir da hinüber, hier sind wir bei normaler Benutzer, und ich mache jetzt da ein mkdir public-html, das ist der Standardname, steht auch in den Konfigurationen von Apache, gell, gell, und wenn ich hier hineingehe, hier kann ich jetzt eine Indexdatei zur Verfügung stellen, gell, gell, okay, so, und da schreibe ich was hinein, gell, das ist ein bla 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 Index, gell, und, äh, ja, sollte man dann ja schon HTML machen, gell, gell, also da, ja, das ist HTML, gell, das ist dann ein, ein body, gell, und das ist dann Ende, gell, gell, und, äh, ja, wenn wir wollen, können wir da noch einen Title, äh, definieren, gell, also könnte man alles Mögliche schreiben, gell, und das ist dann ein, ja, User und ihr Index von mir aus, gell, okay, oder das ist dann so ein, blab, ja, User heißt er, Benutzer, gell, also User Index, gell, okay, speichern wir es mal, und, äh, ja, jetzt müssen wir schauen, ob der Webserver darauf Zugriff hat, gell, gell, dafür gehen wir hierher, und wir starten, äh, äh, so, also zuerst mal, localhost, gell, localhost, gell, localhost, startet, äh, also, ja, lädt die, äh, ähm, Standardseite, gell, gell, des Systems, gell, okay, schön, ja, die ist schon da, ähm, war, www.html, gell, gell, und wir wollen aber nicht diese, sondern wir wollen jene im User, gell, gell, also diese da, und um das zu machen, müssen wir jetzt hier, äh, dieses, äh, diesen Benutzer angeben, gell, gell, wie geben wir den an, mit Dilde, User, gell, und, ja, was steht denn da, da steht bla 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 Index, oben in der Leiste steht User Index, das ist das, was wir geschrieben haben, und es funktioniert schon, gell, also in der Schule wäre das jetzt ein bisschen schwieriger, da sind die Rechte nicht so offen, gell, hier sind die Rechte relativ weit offen, und wenn wir das mal anschauen, gell, LL-1 hier drinnen, dann schaut sich das mal an und begründet, warum das überhaupt funktionieren kann, gell, weil, ja, wären da vielleicht andere Rechte, gell, hätten wir da, machen wir mal Change Mode, 700, Punkt, Punkt, also Homeverzeichnis, äh, etwas mehr schließen, gell, zum Beispiel so, gell, wenn wir das jetzt nochmal laden, gell, dann kann es sein, dass es im Cache ist und funktioniert, gell, also, so, nein, funktioniert nichts, verbieten, sagt er, gell, ja, überlegt euch das mal, und was man hier minimal, äh, eben öffnen muss, damit dieser Web-Server hier noch Zugriff hat, gell, ja, das ist das Erste, was wir heute machen, gute Arbeit. , und wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns, Vielen Dank.